Willkommen zurück zu Black Hole. Wir sind ja hier im neuen Gebiet angekommen. Und ich würde sagen, wir starten doch mal... Okay, nein, nicht umgucken. Wir starten mit Mission Nummer 1. Training. Skelet hat gezeigt, dass du einen Wall-Jumpf hast. Jetzt ist es Zeit, um ein paar Hands-on-Experienz zu bekommen. Okay. Es ist ein Schade, dass wir nicht so wie das und andere Enten gehen können. Alles wäre so viel leichter. Wand-zu-Wand springen. Das haben wir ja beigebracht bekommen. Okay, boah. Das hätte uns getötet. Oh Gott, die Musik. Yeah. Okay. Yes. Okay, es gibt hier drei Stück zu sammeln. Oh shit. Das wollte ich gar nicht eigentlich, aber... So verkehrt ist das ja auch gar nicht. Okay, eigentlich schon. Yes, dead. Nicht schlimm. Wir sind ja hier, um ein bisschen zu üben. Oh, verdammt. Na, da bin ich zu schnell. Als erstes haben wir ja bekommen. Okay. Okay. Äh, das wird schwierig. Yes, haben wir. Issei. Äh, wieder zurück. Das Gute ist, man kann sich ja so ein bisschen runterfallen lassen. An der Wand. Bzw. man rutscht ja so ein bisschen runter. Und das kann man halt für seinen Vorteil nutzen. Okay, da bin ich. Hab ich da aufgepasst. Wunderbar. So, erstmal wieder zurück. Oh, sehr nice. So kriegen wir das. Und da gattern jetzt auch den dritten. Dann haben wir jetzt das erste Mal, nach langer Zeit, im ersten Level, alle, alle drei bekommen. Alle drei Self-Burner. Und sind nur einmal gestorben. So, jetzt will er natürlich... Not bad. Wir werden natürlich mit uns reden. Ähm, das macht er nach jeder Mission. Deswegen mache ich erst alle Missionen. Und danach... Ähm, reden wir mit dem da oben. Wunderbar. Wunderbar. Der Wind schlägt hart hier. Es hat um 177 Kilometer pro Stunde auf diesem Ereffektiv. Das ist ziemlich hoch. Das war... Ähm... Puh, okay, das zündet uns jedes Mal. Es sei denn, wir drehen die... Welt hier ein bisschen. Wobei ein bisschen ist gut. So, sieh natürlich weiter mit dummen Sprüchen. Au. Das tat weh. Ah, okay. Also hier gibt es auch wieder drei Self-Burner. Was waren das gerade eben? So, drei Self-Burner. Guck, wie viele wir hier... Von uns, äh... Also wie viele wir hier mitnehmen können. Okay, man fällt da runter. Das heißt, wir müssten... Das ein bisschen schneller machen hier. So, das hatte ich nämlich vor. Als nächstes nach Untain. Und dann kommt natürlich wieder so ein Part. Der hat uns einfach nur Ripped. Ripped in Pepperonis. Ah, komm. Puh, einfach wird das hier nicht jetzt, ne? Das... Seht ihr hoffentlich genauso. Alles klar. Kein Thema. Äh, okay. Wie bekomme ich den hier? Hätte ich mich krasser nach oben schleudern hätten müssen, wahrscheinlich. Das hier ist immer noch risky, weil da müssen wir uns wahrscheinlich rüberschießen lassen von hier. Das da oben kriegen wir ja so nicht. Ich guck grad noch mal, aber ich glaube... Ja, auch das da drüben werde ich nicht kriegen. Das daran bezweifle... Äh, daran zweifle ich. Okay, wunderbar, ich hab keine andere Wahl. Sehr nice. Okay, die Dinger fahren runter. Okay. Okay. Die wollen mich töten. No. Wow. Kommt halt davon, wenn man die nicht sieht. Die sind ja noch einigermaßen easy, aber das hier... Shit, da bin ich ein bisschen zu schnell, immer. Eins haben wir. Theoretisch Level ja geschafft. Theoretisch. So, haben wir den Weg schon mal offen. So, wir hätten jetzt... Wunderbar, wie die fallen. Wow. Alle drei. Easiest game. Wunderbar. Schon wieder drei Stück gesammelt für uns. Und nächstes Level, bitte. Eisrink. We know one thing for sure. Mikroorganisms on the entity can survive easily. If we were to stay here, I'd start a research on terraforming an entity so we could live on it. I would love to stay on this one. These white dots floating in the air. What are they? Okay, was passiert, wenn ich eins runterfalle? Ha! You call it Snow! 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 Easy. Hahaha, it's a funny word. What's happening to me? God, wie man hier rutscht. Alter! Okay, bestimmt festhalten kann er sich ja egal nicht. Äh... Verdammt. Das war falsch, aber ist nicht schlimm. Äh... Erstmal ein bisschen umsehen. Okay, hier kann er sich dran festhalten. Wahrscheinlich dafür. Da geht's ja noch weiter. Wie krass ist das Level denn bitte? Ups. Ups. Okay, hier gibt's vier Stück. Ist auch nicht schlecht. Äh... Geh mal kurz hier lang. Okay, dann haben wir hier. Nein! Und schon wieder. Ich muss versuchen... Moment, gleich... Äh... Kann ich's euch hoffentlich zeigen. So. Versuchen, ganz rechts rüber zu kommen. Ja. Ich glaube, ich muss das Ganze ein bisschen schneller machen. Ungefähr so. Yes. Somit hätten wir einen. In dem Fall werden wir nicht überleben. Ähm... Kriegen wir so nicht. Okay. Oh, nice. Den könnte ich sogar kriegen. Verdammt. Ah, nicht. Okay. So. Ah, okay. Das ist sehr knapp, die Stelle hier. Anscheinend. Nein, geht. Nummer zwei. Oh, jetzt komm ich ja nicht mehr lang. Ähm... So, was können wir von hier denn so Schönes erreichen? Das ist eine gute Frage. Also zwei hätten wir. Theoretisch können wir das Level auch beenden, weil zwei eigentlich schon richtig gut ist. Hätte ich jetzt mal behauptet. Von hier können wir nicht viel machen. Darüber schaffe ich es nicht. Weil das Level noch sehr groß zu sein scheint. Dabei da hinten kommt eh nur das letzte. Äh... Nee. Wir beenden das Level hier an der Stelle. Ja. Wir beenden hier einfach mal. So, auf zu... Also hier ist im Übrigen noch eine... Ähm... Blackbox. Die wir so einfach nicht kriegen. Gehen wir mal zu... Ja. Mission Nummer fünf. Ich mag das wirklich nicht wirklich. Okay, da unten ist eins. Kriege ich das Ganze auch ein bisschen leichter hin. Ja. Geht sogar. Cool. Das war knapp. Okay, das hätten wir geschafft. Oh nee, please. Oh gosh. Ah. Den Jump hier nochmal schaffen. Okay, nice. Das sollte ich nicht runterfallen. Sehr gut. Grundsätzlich wäre das irgendwie mein Tod. Und auch hier wieder zwei von vier. Ähm... Okay, das sieht ja in der Theorie schon mal ganz gut aus, aber... Schaffen werde ich es dadurch trotzdem nicht. Mach da so einen kleinen Dash dahin. Okay, mein Thema. Ups. Okay, das ist... Oha. Ich probiere jetzt erstmal einen anderen zu kriegen, bevor ich... ...weitermachen. Das ist mal blöd. Oh, der hat es überlebt. Ah, ist kalt, der Typ. Okay, wie hier sonst nichts ist. Den da unten kriege ich. Den da kriege ich. Ähm... Okay. Wie auch immer das funktionieren soll. Ups. Ah, ich sehe. Oh. Okay. Das war bad. Das ist einfach nur bad. Sehr gut. Kurzer Sprung hat gereicht. Uah. Manchmal habe ich das Eis nicht gesehen. Beziehungsweise nicht bedacht. Hier, dieses blöde Eis-Ding hier. Oha. Oha, schon wieder. Oha. Okay. Ähm. Das Ding kriege ich hier. Lauf da mitten rein. Alles klar. Also drei von vier kriegen wir hier. Das ist kein Thema. Das war schon wieder sehr knapp. Das auch. Das auch.